Ja, weiter geht's mit Front, Fjord, Fjord, vielleicht sollten wir heute mal anfangen, die Gegend zu erkunden. Also, ich hab Essen dabei, ich mach noch ein paar Betäubungspfeile, falls wir uns verrückt genug fühlen. Bam, ich bin sowas von ready für eine Reise. Ich muss erst noch checken meine Leiche. Aber mach das mal leise. Schon wieder ein Alpharaptor? Links ist der Alpha, das wollten wir... Ah, haben wir? Warte, 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 warte. Wenn ich irgendwo hängen bleib, dann ist es vorbei, oder? Ja. Ah, ich kenne nichts vor lauter Gras, ist da ein Stein? Nein. Ah, droht uns! Ja, ich... Nee, ich kippe nicht. Ah, da kommt man aus der Wand, da kommt, da, da... Kannst du nicht beweisen. Doch, ich hab Videobeweise. Ah, es ist Jacks auf Weppy. Oh, Alpharaptor. Ja, das wird sowas von schief gehen. Und Weppy ist tot. Guck mal an der Robbe. Ein bisschen Wasser, ganz toll. Oh, der letzte war's. Alter, hat da die Schildkröte hingeschissen. Alter. World Turtle Kackhaufen. Es ist weg. Ich war zu spät. Fuck. Und er ist umgekippt. Wie ein Versager. Das läuft gut. Wann kommt das Arschlochviech, was uns alles wieder versaut? Er rennt weg. Alle hoch. Was ist denn da los, alle? Oh, fuck. Er hat dich verarscht. Scheiße. Du, schau's. Och, er hat mich schon wieder gesehen. Ich hab grad meine Items. Oh, ich bin Elite. Ich bin nur ein Sohn. Wieder aufs Bett warten, Alter. Jetzt haben wir so viele unnötige Dinos hier rumstehen. Da kriegst du auf die Fresse, das Karni, Alter. Die EP nehmen wir mit. Richtig. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Du kommst ja nicht hoch. Er kommt da hoch. Dann wird das lustiger. Fuck, er hab ich runtergeschmissen. Geil. Fuck, Alter. Fuck. Irgendwas. Stampf da. Aggressiv. Ayo, Karni. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Oh, guck mal, da unten. Ich hör's. Fire. Oh, der kommt hoch. Das ist aber nicht leichter. Warte mal. Ah, der kommt hoch. Wir wollten doch gar nicht so oft sterben, oder? Wieso kann man sich ins Bett legen? Oh, nee. Der ist schon wieder. Jetzt Erratop, hilf uns. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, der ist Erratop. Oh, guck mal. Äh, äh, eine Spalte. Oh nein, Fledermäuse. Oh Gott. Ciao. Oh Gott. Ich nenne ihn... Ja, perfekt. Suboptimal. Ich glaub, so nenne ich mich auch. Ähm. Ähm. Problem. Wann kommt das Arschlochviech, was uns alles wieder versaut? Riesenproblem. Okay, was soll ich tun? Töten. Ich weiß es selber nicht. Wir können einfach nur zugucken und hoffen, dass nix passiert. Unser Tech-Stedo ist tot. Unser Kanosaurus ist tot. Ich bin das Elite. Nein. Suboptimal. Rette dich. Es sind alle Dinos schon wieder tot, ne? Ja, was ist denn los heute? Ich hab doch gesagt, es lohnt sich. Da ist ein Skorpion hinter mir. Ich hab mich gebissen. Jetzt werde ich auch noch sterben. Ach Mann, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wir haben ne Armee. Und jetzt lebt nur noch suboptimal. Wie du siehst. Äh? Was ist denn? Äh? Arschloch. Ah, es kommt hoch. Oh. Kannst du mal mit dem Schwein fertig werden? Ey, ich versuch's ja. Und dann geht die Prozentleiste hoch, fuck. Okay. Nee. Doch. Kommen alle in die Falle. Nein. Das Schwein auch. Ah. Achtung. Ah. Hat keiner mehr einen Überblick. Was ist denn da gerade passiert? Schön spielt ihr, schön. Komm schon. Ja. Es kommen noch mehr Wildschweine. Oh mein Gott. Egal. Nicht unser Problem jetzt.